Kommen wir zu Donnerstag in der Story und ja doch hier das sieht doch gut aus vom Geld. Ich habe zwar genügend Geld um im Finale teilzunehmen. Ich würde mir aber gerne noch ein anderes Auto kaufen. Ein Auto plus Teile. Da kommt schon was zusammen. Oh man geht auch weg. Achtung, Zielperson wurde bei Southland Drive gemeldet. 2440 ist absolut spurlos verschwunden. Wir brauchen Einheiten in Lake Virgil. Subjekt untergetaucht. Das Zielfahrzeug ist der Mischkünder. Die Hand ist vorbei. Zufallstelle. Ich würde ja nicht. Ich würde das Geld noch erkennen können. Und dann holen wir euch auf. Ja, 72. Den kriege ich auf jeden Fall. Der Farabi ist mein Problem. Der Farabi ist mein Problem. Der Farabi hat mich eh gleich. Der Farabi ist mein Problem. 50% erst. Der Farabi ist mein Problem. Da ist er. Der Farabi ist mein Problem. Wow. Das war knapp. Das war echt knapp. So, was haben wir noch? Ja, kann man machen. So, was haben wir noch? Nein, ist das Ziel? Hätte ich fast vergessen abzuwiegen. So, was haben wir noch? 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 Tönen Sie. Ziemlich. Ich bin nicht gegen beschissene Fahrer. Ich bin nicht gegen beschissene Fahrer. Ich habe schon Unglaubliches gesehen und dein Postil gehört nicht dazu. Ey, der ist so schnell. Ich bin nicht gegen beschissene Fahrer. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Was für ein Volltroppel! Ja, keine Chance. Obwohl ich den stärksten Wagen habe. Ich werde versuchen, das Arsch auch auszubremsen. Okay, dann gehen wir mal in die Nacht. Wir sind auch mit dabei! Dann gibt es wieder mehr Geld. Zentrale, Allwartwagen nimmt Verfolgung auf. Zentrale hier, Straßensperre bereit. Es konnte mich mithalten. Letzter Sichtkontakt bei DuPont View. Dreh das Ziel und verfolge wieder. Zentrale, Streite nimmt Verfolgung auf. An alle Einheiten, Zielperson ist jetzt bei DuPont View. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Ziel ist verschwunden! Achtung! Racer auf Rose Hill Drive entwischt. Diese Straßenratt ist wieder aufgekreuzt. Streife hier, um ein bisschen Spaß zu haben. An alle Einheiten, Zielperson ist jetzt bei Rose Hill Drive. Ich fühle mich wie ein Idiot! Achtung! Racer auf Rose Hill Drive entwischt. Das Geld reicht leider nicht. 200 brauche ich als Startgeld. 200, denke ich mal, kostet schon ein gutes Auto. Dann das Tuning dazu. Na, da sind wir so bei 200. 200. Ja. Ich brauche unbedingt Geld. Ja, hier haben wir doch schon mal was. Das sieht doch auch gut aus. Startgeld sogar nix. Das ist gut. Wir sind halt schon 24.000, aber okay. Okay. Das ist gut. Wir sind nicht zu spät, das alles zu ändern. Aber ihr sollt jetzt nicht einfach holen, Parker den Dritten beenden. Der Typ ist dümmer als ein Stück Brot. In Wahrheit haben wir keinen Kandidaten. Also setzt ein Zeichen. Gebt niemandem eure Stimme. Niemandem wählen. Mit Vergnügen. Mit wem rede ich überhaupt? An alle Einheiten. Interceptor ist vor Ort. Dieses Arschloch nimmt keine Rücksichtszentrale. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Ja, die Cops nerven ganz schön. An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt bei Rose Hill Drive. So, weiter die Zielperson. Das Ziel ist schon lange weg. Ist ja auch lustig. Man kann nur Verlust machen. So, weiter die Zielperson. Ja, weg den Staat. Pass auf, ich bin hinter dir. Ah, shit. Ich hole auf. Du musst es schicken. Ich will hier nicht gern gehen. Nein. Total schade. Okay. Outfit. Outfit. It needs the outfit. Outfit. Ich bin ziemlich gut. Meinst du nicht? Das versuche ich nochmal. No. Ein Mist. Ich kann jetzt schön Windschatten am Ferrari dranbleiben, sonst ist er weg. Ich verliere nie. Ich höre dich noch ein. Ja und der ist schon wieder über alle Berge, ich packe es nicht. Ein Fehler und ich hab dich. Dann hat er wieder einen Unfall gebaut. Das war mein Glück. Oh. Ein letzter Job vor dem Rennen. Kein allerletzter noch, hm? Warum nicht? Und? Befreien wir noch einen von Alex Wagen? Heute nicht. Haben einen seltsamen Anruf bekommen. Kein guter Start. Von jemandem, der sich The Blacklist nennt. Klingt nicht gut. Wir sollen einen M3 GTR besorgen und uns auf viel Ärger gefasst machen. Mach ich das nicht immer? Schick mir den Standort und ich verlos. Alles klar. Hört sich doch gut an. Guten Tag alle miteinander. Es ist toll hier unter so vielen wunderbaren Menschen zu sein. Zuallererst möchte ich sagen, dass die derzeitige Amtsinhaberin nicht nur das Amt des Bürgermeisters beleidigt, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Nach meiner Wahl werde ich euch alle mit dem Respekt behandeln, den ihr verdient. Mr. Parker, was genau wollen Sie verändern, falls Sie gewählt werden? Also ich, äh, äh, hören Sie, also, äh, wir dürfen nicht vergessen, warum wir alle hier sind. Und zwar, wir müssen uns auf das Wichtigste konzentrieren. Und das Wichtigste ist, naja, äh, äh, wichtig. Und das, äh, dürfen wir deshalb auch niemals aus den Augen verlieren. Unsere Freiheit. Befürchten Sie, dass Ihre mangelnde politische Erfahrung ein Problem darstellt? What? Dienwagen kennen wir ja schon. Unbeschädigt, ja. Da bekomm ich schon hin. Okay, hab den M3. Jetzt noch die Polizei loswerden. Ich weiß nicht, wie lange wir noch folgen können. Undercover hier, um euch auszuhelfen, Leute. Zentrale Interceptor hier. Wir sind als erstes vor Ort angekommen. Nagelbad voraus. Bringen wir es zu Ende. Undercover schließt sich Verfolgung an, Zentrale. Schlaf, das Zieler sind. Dann werden wir diesen verdammten Racer von hinten, um ihn abzudreifen. Alles verreisen. Raus aus dem Spiel. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Lake Virgil. Jetzt versuch mal mitzuhalten. Straßensperre in Position. Beenden wir es. Ich werde das Aschloch zum Grenzen bringen. Ich werde das Aschloch zum Grenzen bringen. Zentrale, wir werden ganz schön zugerichtet. Jetzt brauche ich unbedingt eine Tankstelle. Jetzt weiß eles, Wanna. Ja, nicht ihr bitte. Wir werden das Aschloch. Dann greigen Sie. Oder ist das Erивают wir bennarchein? Oderasmine Leute, wurden wir wieder metals? Das ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. da ist eine jawohl jetzt bloß nicht mehr erwischen lassen nein Unbeschädigt. Jawohl. Okay, dann haben wir den hier noch. Kein Startgeld. Ich glaube, ich sehe die Karre. Los Leute, ergibt alles. Ihr brenntet ein Arschloch in dem Nissan-Groß. Zentrale, der Heli-Nem-Dem-Avorgung auch. Alle Einheiten. Zielperson zuletzt in Jens Park gesichtet. Alle Einheiten. Interceptor im Einsatz. Undercover befolgt den verdächtigen Wagen. Undercover hier. Wir leisten Unterstützung bei der Festnahme. Zeit, uns krachen zu lassen. Sonderwagen verfolgt das Ziel jetzt. Alle Einheiten. Interceptor nimmt Verfolgung auf. Wir machen nicht mehr lange mit, Zentrale. Straßensperre voraus. Bringen wir erst zu Ende. Wir haben wieder Sichtkontakt zum Ziel. Nicht locker lassen. Verstärkung kommt. An alle Einheiten. Zielperson ist jetzt beim Kennedy Test Track. Sind wir Fissen? Sagt mir nicht, dass ihr Fissen sind. Verdammt. Subjekt auf Kennedy Test Track verloren. Verfolge wieder. Dem Blick fängt. Arbeitet zusammen und freut sie euch. 24h. Zentrale, Verfolgung geht weiter. Verfolge wieder. Oh. 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 Weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten. Das ist nur ein Wayshard. Zentrale hier. Zielperson ist irgendwo auf Kennedy Test Track entwischt. Na also. Und der muss natürlich mitfahren. Oh Mann. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist eine Schriftveranstaltung. Das ist eine Schriftveranstaltung. Das ist eine Schriftveranstaltung. um hat auch Poorijn- Oh Mann. Das war's. Was ist das? Ja, den kriege ich doch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, kein Problem. Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? 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 Was ist das?